Kallus Martius ist der Volksfeind Nummer 1. Nur wenn wir ihn totschlagen, können wir den Brotpreis selbst bestimmen. Ist das beschlossene Sache! Ihr seid so verlässlich wie glühende Kohlen auf dem Eis. Euch trauern? Einhämmern müssen wir dem Volk, das er es schon immer hat. Ich möchte gerne konsumieren! Wenn seine Arroganz im Höhenflug das Volk empört, dann entzündet sein Feuer ihr trockenes Strom. Bitte, Herr, um eure Stimmen. Ich bring das nicht über die Lippen. Wo Klugheit, nichts ohne das... Oh nein, der dummen Masse beschließen kann, da wird was nötig ist. Versäumt! Deshalb beschwöre ich euch, reißt diese Zungen des Volksmauls raus. Ich bring das nicht über die Worte. Ich bin zumal wie du feit darfst.